Hallo, ich heiße Julia und leite bei 50 Hertz das Team Betriebsführung und Projektkoordination im Regionalzentrum Süd. Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert und bin durch Zufall zu 50 Hertz gekommen. Besonders gefallen haben mir die Stellenbeschreibungen mit den weiblichen Jobtiteln. Dieses klare Zeichen, das 50 Hertz setzt, erlebe ich auch in meiner täglichen Arbeit. Ich bin in der Auftragskoordination eingestiegen. Meine Führungskräfte haben mich dann von Beginn an in meiner Weiterentwicklung so gut unterstützt, dass ich heute Fachgebietsleiterin bin und ein Team von 13 Projektingenieurinnen führe. Bei uns herrscht eine herzliche Atmosphäre. Wir begegnen uns auf Augenhöhe und das Ganze drumherum stimmt einfach. Von modernster Technik, Weiterbildungsmöglichkeiten bis hin zum vielfältigen Angebot an frisch gekochtem Mittagessen. In der Betriebsführung geht es um das Big Picture. Wir behalten das Netz jederzeit im Blick, um einen sicheren Netzbetrieb zu gewährleisten. Dabei wird mir immer wieder bewusst, welche Bedeutung wir für die ganze Gesellschaft haben. Die Arbeit in der Energiebranche ist voll mein Ding. Ich kann täglich dazu beitragen, die Energiewende voranzubringen. Unser Ziel ist es, bis 2032 unser Netz mit 100 Prozent erneuerbarer Energie zu betreiben. Bis dahin gibt es noch sehr viel zu tun und wir freuen uns, wenn viele weitere Frauen Lust darauf haben, an dieser höchst spannenden Aufgabe mitzuwirken.